nächste halt dresden flughafen next stop dresden airport diese zugfahrt endet dort wir bitten alle fahrgäste auszusteigen und hey ich bin der jürgen aus ehemannswald und wer bist du Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duchzen. Hallo, Herr Lehmann. Hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Und ich habe jetzt die Julia Engels am Telefon. Guten Abend. Guten Abend. Julia, erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast den ersten Platz belegt. In was? Vielen Dank. Ich habe den ersten Platz belegt. Ja, in der Schlagergarage. Ich habe mich sehr gefreut darüber. An dieser Stelle vielen Dank für alle, die für mich gevotet haben. Ich habe mich natürlich sehr gefreut darüber. Das ist mit dem Titel wegen dir. Ja. Du hast als weiteres einen Weihnachtstitel rausgebracht. Ja, ich habe selbst ein Lied geschrieben, selbst komponiert. Inspiriert hat mich meine kleine Tochter dazu. Der Titel heißt Die Welt mit Kinderaugen sehen. Ist ein Song, der mir persönlich natürlich sehr, sehr am Herzen liegt. Und es auch innerhalb kürzester Zeit geschafft hat, sehr viele Leute zu erreichen. Was mich natürlich wieder ganz, ganz freut. Julia, du bist ja viel unterwegs. Nennst du deine Homepage. Dort stehen dort alle deine nächsten Termine drauf. Auf der Homepage unter www.juliaengels.com kann man natürlich einige Infos über mich nachlesen. Auch Hörproben sind drauf. Und natürlich die Termine, wo ich unterwegs bin und wo ich zusammen bin, kann man auch daraus lesen. Und deine Titel sind überall zum Downloaden in den entsprechenden Portalen erhältlich. Ja, überall sind sie erhältlich. Überall kann man sie downloaden. Julia, da möchte ich deinen Abend nicht weiter strafizieren. Ich danke dir, dass es geklappt hat. Ja, bitte gerne. Und ich... Das ist natürlich alle meine Fans aus Deutschland, ganz besonders die Jutta aus Rotweil. Und natürlich sind alle, alle herzlich eingeladen, in meinem kostenlosen Fanclub zu registrieren unter fanclub.juliaengels.gmx.at. Ich freue mich drüber und beantworte natürlich auch sehr gerne jede Fanpost. Facebook bist du ja auch vertreten. Facebook bin ich auch zu finden unter Julia Engels, ja. Und genau, und Homepage haben wir gesagt, dort können auch dann die Lieder genommen werden. Ich danke dir ganz herzlich, wünsche dir und dein Lieben ein schönes Weihnachtsfest. Ich danke dir, danke dir und ich wünsche dir natürlich auch ein frohes Weihnachtsfest. Danke für das Interview. Ich danke ebenfalls und jetzt hören wir von Julia Engels die Welt mit Kinderaugen, dein Siegertitel natürlich wegen dir. Okay, super. Alles klar, danke schön. Danke, schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Was kann schöner sein als Kinderherzen, die vor Freude strahlen? Was kann schöner sein als Kinderhände, die bunte Bilder malen? Und die Liebe, die sie geben, ist das Einzige, was zählt. Die Welt mit Kinderaugen sehen als Kinderherzen, die Welt mit Kinderaugen sehen. Und große Wunder werden geschehen. Es wird der Friede hier regieren und kleine Ängel nicht mehr freien. Sie sind das, was von uns bleibt, sind das Licht, das für uns scheint. Was kann schöner sein als Kinderherzen, die Welt mit Kinderaugen sehen, das wäre schön. Was kann schöner sein als Kinderlieder und Märchen aus einem Buch? Und kleine Ängel. Und die Liebe, die sie geben, ist das Einzige, was zählt. Und die Liebe, die sie geben, ist das Einzige, was zählt. Sie sind das, was von uns bleibt, sind das Licht, das für uns scheint. Die Welt mit Kinderaugen sehen, das wäre schön. So viel Stärke, so viel Wahrheit, so viel Liebe, so viel Mut. Kann nur ein Kinderherz dir geben und dir sagen, wofür es sich zu leben lohnt. Die Welt mit Kinderaugen sehen und große Wunder werden geschehen. Es wird der Friede hier regieren und kleine Ängel nicht mehr freien. Sie sind das, was von uns bleibt, sind das Licht, das für uns scheint. Die Welt mit Kinderaugen sehen, das wäre schön. Bis heute hab ich an nichts gedacht, als Erfolg und die Karriere. An Liebe hatte ich nie gedacht, sie hätte mir kein Glück gebracht. Doch dann kamst du in meine Welt und hast sie auf den Kopf gestellt. Was ist denn plötzlich los mit mir? Was ist denn plötzlich los mit mir? Ja, ich spüre tief in mir. Wegen dir kann ich nicht schlafen heute Nacht. Wegen dir ist tief in mir die Sehnsucht erwart. Und von dir kann ich nur träumen. Sag, was ist mit mir geschehen? Ich habe dich doch nur ganz kurz angesehen. Wegen dir spüre ich Gefühle, die ich von dir liegen kann. Komm, lass uns glücklich sein und gib mir deine Hand. All meine Freunde sagten, lass die Finger von dem Typen. Er spielt mit dir als Zeitvertreib. Für mehr da ist er nicht bereit. Doch ich wusste vom ersten Augenblick, für mich da gibt es kein Zurück. Und deine Augen sagen mir, dir geht's so genau wie mir. Wegen dir kann ich nicht schlafen heute Nacht. Wegen dir ist tief in mir die Sehnsucht erwart. Und von dir kann ich nur träumen. Sag, was ist mit mir geschehen? Ich habe dich doch nur ganz kurz angesehen. Wegen dir spüre ich Gefühle, die ich von dir liegen kann. Komm, lass uns glücklich sein und gib mir deine Hand. Wegen dir spüre ich Gefühle, die ich von dir liegen kann. Wegen dir ist tief in mir die Sehnsucht erwart. Wegen dir ist tief in mir die Sehnsucht erwart. Und von dir kann ich nur träumen. Und von dir ist tief in mir die Sehnsucht erwart. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Julia Engels. Ich wünsche euch eine schöne Adventzeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles, alles Liebe für das Jahr 2012. Diese kleine Botschaft möchte ich euch noch schenken. Öffnet die Herzen, lasst Freude fließen, mögen nicht nur Weihnachtskerzen Licht auf diese Erde gießen. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest, ein paar Tage Gemütlichkeit mit viel Zeit zum Ausruhen und Genießen und Kräfte sammeln für das neue Jahr.